Die Fjordpferd Die Fjordpferd Er heißt Minor und ist ein Treffindhengst. Auf der anderen Seite im Turnieraufsitz sind die Jana Hohkau Pinocchio. Pinocchio ist ein Bösener Willenberg, Freitohr in der Natur im Münsterland und als Jährlein aus der Herde herausgefangen, ganz saftes, als Rasenmäher erst mal missbraucht und hat sich dann doch ein bisschen Dressurwissen gebracht. Um das Ganze ein bisschen etwas anstrengender zu machen, seitens Jana ohne Satteln. Am Freitag haben wir es mit Satteln gemacht, gestern ohne Satteln, das hat gut geblatt. Pinocchio ist bis zur Äpfelratur ausgebildet, auch studiermäßig zu beiden Schatten, hat auch zwei Platzierungen da hinten gegen Großferde und zeigt, dass aus diesen kleinen Wildbläder, die sind in ihrer Wildbahn, einfach Strufe, die da her laufen, mit der passenden Ausbildung auch super Turnierpferde werden können. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung.